Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Empire auf meinem Kanal der MyContosh. Ich kriege 10 Diamanten, das freut mich hart, das freut mich sehr. Ah ja. So, neuer Busch freigeschaltet. Platinbusch. Bring 100 Büsche in deinem Besitz. Das habe ich wohl, glaube ich, gerade durch die Kiste erreicht. Na, ist doch schön. So, da haben wir einen neuen Wohnwagen abgeradet. Geil. Den haben wir vergessen. Okay. Oh. Hängt gut an. Mitte ganz rechts wäre toll. Nicht ganz rechts Mitte, sondern Mitte ganz rechts. Scheiße, jetzt habe ich auf Kassieren ge- Ah. Egal. Egal. Gut, was geht hier ab? Ich mache es nochmal auf. Er hat irgendwie... Gut, also hier ist auch nichts mehr los. Alles klar. Was ist hier? Okay. Hm? Ähm, ah ja. Warte mal, was war denn die Story-Mission? Ich brauche noch Kekse und Donuts. Ach genau. Ich glaube, für die Kekse habe ich... ...habe ich die ganze Butter gemacht. Wie viele Kekse fehlen mir denn noch? Noch zweimal. Noch zweimal. So, jetzt fehlt mir noch ein Skunk. Haben wir hier. So, die Kekse haben wir schon mal. Jetzt werfen wir noch zweimal... Oh ne. Einmal Donuts dazu. Braucht tatsächlich nochmal Donuts. Mmmh. Dafür fehlt mir Northern Lights. BAM! BAM! Hm? Ich denke in den Northern Lights werde ich wohl noch ein paar mehr brauchen. Hat die Hindu Kush auch schon ausgesät? Dann mache ich das mal hier. Okay. Okay. Geld finde ich immer gut. So jetzt kann ich eine Lampe upgraden. Habe ich noch Platz im Schuppen? Tatsächlich noch ein bisschen. Dann werde ich bevor ich auf Lampen upgraden klicke erstmal nochmal schnell Schlaglöcher reparieren. Und vielleicht finde ich ja noch ein oder zwei Teile die mir dann doch noch eine andere Lampe ermöglichen. Und dementsprechend. Okay. 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 Okay, das waren jetzt aber alle, oder? Ja, sieht so aus. Okay. Es ist leider keine andere Lampe hinzugekommen. Egal, dann verbessern wir halt die. Das wird schon. Kann ich vielleicht noch Mehl machen. Ja, wie viel Mehl brauche ich? Genau zwei. Okay. Ja, das habe ich mir natürlich gedacht. Und nochmal Dünger und nochmal Dünger. Geil. Aber ich habe im Schuppen noch immer Platz. Das ist gut. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Das ist gut. Untertitelung des ZDF, 2020